Hallihallo hallöli ihr lieben Leute da draußen, wir sind wieder da mit Resident Evil 5 und eine riskante Flucht, oder wie hieß das, verzweifelte Fluchterzeit? Ja so ähnlich, ich würd sagen, dann benutze ich das Scout jetzt schon mal, oder? Okay. Fuck, ich hab's dir gegeben, wusste. Ich mag's einfach viel lieber von dir eingesprüht zu werden. Ja, das war mir doch klar. Ich hab nur 30 Pistolenkugeln. Was ist noch die Sniper? Vergiss das nicht. Ja, das sind sieben Kugeln. Trotzdem, der Sniper kann sehr stark sein, richtig eingesetzt vor allem. Und jetzt verlieren wir wieder alles. Oh, hör bloß auf ey, das war so scheiße im letzten Modus ey. Oh. Wurde schon geschafft, das wär lustig. Aha. Dann haben wir ein paar angebrochen für Dings, aber nee. Dann würd ich das dran schneiden natürlich, aber nee, es kommen noch ein paar Freunde. Ja, wir müssen ja noch zum Heli da oben kommen. Oh oh. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Gut, dass wir eine Sniper haben. Schieß nicht daneben, du hast nur sie wenig Kugeln. Kugeln. Das brauchst du mir nicht sagen. Hier gibt immer der Kugeln. Was sind denn die Geschütze? Danke, Josh. Die Geschütze sind noch nicht hier, glaub ich. Oh doch, ich seh eins, aber da ist keiner. Die sind noch nicht besetzt. Okay. Boah. Boah. Aber doch, die schießen hier mit Raketen. Die schießen hier mit Raketen. Müssen wir gleich mal gucken, von wo. Aha. Oh, ich seh's schon. Okay. Bam. Der ist weg. Okay, das ist schon mal gut. Oh, Gewärmonie. Das ist sehr schön. Ein Glück, dass wir die Sniper mitgenommen haben. Aha. Die ist sowieso Gold wert. Ja, aber die will ich ungern für irgendwelche Fußtruppen verwenden. Auch wenn die mich gerade sehr nerven. Und das ist gerade sehr schön, wenn die damit wegzuschießen. Hm. Ich weiß genau, was du meinst. Hier ist wieder jemand. Okay, ich versuche erstmal zu dir zu kommen. Dahinten. Ich bin doch bei dir. Ich bin direkt hinter dir. Wow, 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 wow. Wo ist die Linie? Wo ist die Linie? Ich bin hier gerade relativ sicher zum Glück, aber hier. Ah, ich seh's. Ah. Und die schießen hier noch auf mich, ey. Ich glaube, das ist der Typ mit der Armbrust. Aha. Da jedenfalls so nach raus, nach Armbrust. Ach komm, scheiß drauf. Weg mit dir. Soll ich voranlaufen schon mal, oder? Erst wenn du den ausgeschaltet hast. Den habe ich schon ausgeschaltet. Den mit dem Raketending? Ja. Okay. Zum zweiten Mal übrigens. Es könnte sein, dass sie den Posten irgendwann wieder mit neuem Futter befüllen. Wir müssen jetzt schnell sein und ein bisschen rüber. Hm. Verdammt. Diese blöde Magna, die nervt mich. Ah, wir müssen das Teil benutzen. Okay, alles klar. Ja. Nachher zumindest. Aua, du Wichser. Wow, der ist aber weit geflogen. Hier ist MG, Muni. Bin grad beschäftigt. Bist du gar nicht. Ich will auch. Aber bei mir sieht es deine Schaus aus. Du weißt, da kommt einer. Mhm. Das klang ungesund. Oh, ein Kraut. Kann ich mixen. Sehr schön. Ich will Pistolen, Muni. Ähm, ja. Ah! Das ist Arschlo, ey. Keiner grabelt mein Mädchen an. Ist so. So, komm mal zu mir. Ich geb dir was. Ja, gib's mir. Bitteschön. Oh, das ist sehr schön. Mhm. Und da kommt Besuch. Oh, voll. Oh mein Gott. Wenn der nicht tot ist, dann weiß ich's auch nicht. Oh, ich hab schon wieder Pistolen, Muni, aufgesammelt. Achtung, Besuch. Ich weiß. Oh nein. Ach, halb so. Lendy haben wir nicht. Nein. Hinter dir. Ach, Mann. MG Moni, da kriegst du richtig viel von dir gerade. Mhm. Zum Glück. Ich benutze dich ja auch am häufigsten. Ich hab nur noch 3 Schüsse um nachladen, von daher ist okay. Mhm. Haha. Oh, wir haben jetzt eine Blendie. Sehr schön. Die verwahren wir aber für Yoshis. Mhm. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum du die Yoshis nennst. Weil die aussehen wie ein Yoshi. Von Mario. Die haben halt so einen großen Kopf und sowas. Die werden halt Yoshis genannt irgendwie. Ich weiß nicht, ob die von jedem so genannt werden, aber auf jeden Fall von Andi und Chris. Okay. Ich frag mich auch gerade, wie viel Leute kommen von den Viechern. Okay, er will nicht. Geh mir mal kurz Deckung. Eigentlich dachte ich, du gibst mir Deckung, aber okay. Ich war schon weiter gerannt, als du es gesagt hast. Oh, die Tür geht auf jeden Fall schon mal auf. Okay. Gut zu wissen. Wo bist du? Ich versuch einem in die Beine zu schießen. Ich versuch einem in die Beine zu schießen. Okay. Wacken ernst, Spiel. Wow. Kann ich hier rüber? Lauf zu mir? Sprunghilfe. Oder auch nicht. Okay. Na gut. Ich mein, hier kann man halt durch, ne? Deswegen, dachte ich hier. Ja, ich dachte, ich gebe dir Sprunghilfe, dass du hinten das Schwergeschütz nehmen kannst. Oh. Wir müssen jetzt laufen. Aber richtig. Okay. Dann kümmer du dich um die Typen. Ich laufe vor. Aha, ich laufe mit vor. Oh, fuck, 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 fuck. Aua. Genau, das Weg, das wollte ich nicht. Da hinten schon wieder einer mit explosiven Geschuss. Jep. Oh, das ist eindeutig nicht gut. Hier müssen wir durch die Tür. Das nehme ich mit. So, Kollege. Wo ist der Kerl? Du kriegst jetzt mal selber ein bisschen Raketen. Der muss weg sein. Fuck. Die haben es neu besetzt. Tor wird geöffnet. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Kontrollpunkt, das ist schon mal gut. Ich seh den Henker. Griff Raketen. Wow. Fuck. Der Henker hat seinen Weg jetzt besser gefunden, glaube ich. Shit, ich kann ihn nicht weiter, wenn ihr damit erwischen. Halb so wild. Wo ist der Pisser? Und die haben das Ding schon wieder besetzt, da oben. Aua. Scheiße, der Henker ist bei mir. Raketen-Typ ist... Und das ist in der Gasse. Nein, hilf mir. Ich versuche es. Ich bin unterwegs. Aua. Nein. Das war's. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich seh nichts. Oh, ich... Fuck. Ja, er hat mich erschlacken. Oh je. Also wir sollten schnell an die Position, wo die Raketengeschosse sind. Und ich sollte nicht dann da hinlaufen, wenn der Henker da ist, weil das ist eine Sackgasse. Oh, wir sind da. Aha. Auch gut. Hast du das Tor schon geöffnet? Ich glaube schon, ne? Weil danach gab es erst den Kontrollverlust. Und der Henker ist auch weg. Ähm, okay. Die sind alle, die spawnen, weil wir die schon hatten. Glaube ich. Offensichtlich. Ist der ein Elektrokasten. Oder ist halt am Anfang. Natürlich nur Geld. Aber besser als nichts. Ja, die schießen wieder von oben. Na gut, dann... Ach man. Wo bist du denn jetzt? Ich bin immer noch oben an der Rakete. Scheiße. Ich bin schon längst weiter. Ein Behördchen, auber dir! Ein Behördchen, auber dir! Ja! Danke schön. Niemand fasst meinen Freund an. So, da kommen noch mehr von hinten. Kümmer dich mal um die. Ich würde einfach weiterrennen. Ich schieße aber gerade auf die Typen, die oben das Raketending besatzen. Okay, ich gebe dir Deckung. Na komm hoch, mein Freund. Muss ich mal mit dem Sniper nachgucken, ob ich neu erwischte? Momentan ist da keiner. Okay, sieht so aus, als hätten wir Ruhe. Bis jetzt. Und nochmal. Hatsching! 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 Er will nicht aufgeben. Alter, der hat aber richtig harte Sackhaare. Jetzt verzieh dich. Was willst du? Magnum! Oh, das ist lecker. Was willst du denn jetzt, Collage? Oh, das ist so. Halt mich durch. Wrestle-Kommando. Okay, dann halt nicht. Ich schieße dich halt nochmal ins Bein. Auch nicht, okay. Oh, danke. Okay, komm. Der Henker ist da. Da will ich den nicht. Kannst du ihn auf die andere Seite locken? Ja. Aua. Ich habe nämlich eine Idee. Wenn er nicht die ganze Zeit irgendwelche Zombies kommt. Er kommt zu dir hoch auf jeden Fall. Zu mir. Ja, aber nicht so schön. Das ist nicht so schön. Hier geht hoch, ich gehe runter. Tschö. Tschö. Ist die Frage, ob du es da rüber... Ich halte ihn hier ein bisschen auf. Ich habe eine Handgranate. Oh. Scheiße, die hat das nur mit den Dingens gemacht, aber nicht mit den Dingens. Ist die Frage, ob du es da rüber schaffen kannst, während der Henker mir folgt. Mit Sprunghilfe oder wie? Vielleicht auch, aber nee. Wir müssen, glaube ich, weglaufen. Und das Spiel will das gerade, glaube ich, so. Aha. Oh. Gewämmen ist nun für dich? Handgranate. Das ist doch was Schönes. Tauscht du mit mir? Ha? Fang. Und Angriff. Achtung, Henker. Ich weiß. Ja. Alles gut. Hier, fangen. So, jetzt aber. Boom. Bam. Magnum. Das war gut. Oh. Das war die falsche Waffe. Ist nur ein Mony. Und wir haben sogar noch ein explosives Fass, was wir gar nicht benutzt haben. Oh, hallo, was willst du denn? Geht nach. Oh. Oh, das war gemein. Ich wollte immer aufs Bein schießen. Ja, ich wollte sowas ähnliches. Oh, das kannst du kombinieren. Klar, ungefähr. Nee, ich meine, du hast doch ein grünes noch dazu, oder nicht? Ich habe nur ein grünes. Ich habe kein rotes. Oh, ich dachte, das ist ein rotes. Nee, nee. Okay. Okay. Toll. Einmal im Kreislaufen. Aber hier ist... Hier geht es noch weiter. Geht es da hinten nicht weiter hier durch die... Hier bei mir ist... Hier geht es weiter. Hier geht es noch weiter. Hier bei mir auch. Weil... Da ist noch ein Gang gewesen. Hier vorne gerade Ausland. Okay. Aber was ist denn dann da oben? Will ich da erst nach oben? Okay, das ist nur ein Alternativweg darunter wieder. Ah, siehst du. Da ist das Geschütz bestimmt? Mhm, genau. Hier ist ein Geschütz. Frage ist nur, ah, da hinten die Blücke müssen wir garantiert zerschießen. Kann sein. Ah, da hinten ist wieder... Ah, da kommst du mit dem Geschütz nicht dran. Okay. Da, woher ich hinziele. Da, der Stein. Genau. Dafür ist das gedacht. Wir gucken, ob es noch was anderes gibt, aber... Ich glaube nicht. Dann können wir auf jeden Fall aber noch vorher unten landen. Ich sehe was. Ja, ja. Hier ist ein neuer Gegner. Ich sehe auch was. Aua. Ja, komm. Ja, komm. Wer ist ein Feiner? Quatsch. Guck mal, ich mache das, was du irgendwo gemacht hast. Braves, Schatzi. Oi. Du bist hingefallen. Guck mal. Na, komm runter zu mir. Lass uns spielen. Ja, komm her. Ich warte nur auf dich. Na, komm, nehmen wir ein bisschen für dich die Pistole. Da kommt schon der Nächste. Bäm. Wow. Hier fliegen Pfeile durch die Gegend. Aber das ist echt das Billigste, was man machen kann. Deine Sniper wäre hier gerade gut. Man steht oben an der Leiter und nassert die runter. Wir sollten die Position wechseln. Ich halte die Leiter und du gehst da hinten. Okay. Fisch rein. Äh, Snipern. So. Wo sind denn die Leute? Da hinten, da beim Kasten. Da. Aber wir hin müssen halt, da hinten. Junge, wo guckst du hin? Du guckst in die völlig falsche Richtung. Rechts. Geh doch mal nach rechts. Lauf mal nach rechts, da, bis es nicht mehr weiter geht. Und dann guck nach links. Es fällt mir gerade schwer, nach links zu gucken. Ja, dann halt danach hat er dich um den Typen gekümmert, hast du witzfreut. Da unten, ach. Der Lünge. Genau, da ist nämlich einer, der schießt mit Fallen. Der schießt nicht mehr mit Fallen. Ich glaube, hier kommt jetzt gerade noch keiner mehr. Und da steht noch ein dicker. Oh, ich habe gerade richtig schön Munition hierfür. Das ist doch schön. In die Nüsse. Ach komm. Äh, aber ich komme hier nicht weiter ohne dich, verdammt. Vor allem ist das ein dicker Molotov-Werfer. Oh, der explodiert oder der mutiert? Ah, der explodiert. Okay, dann kommen wir her. Der hat so viel Boden gehabt. Ähm, da. Ach, muss ich wieder runter? Ja, ich bin ja dabei. Ich bin alt. Oh, hier hätten wir noch ein Felsen wegsprengen können. Haben wir meine Waffen umsortiert. Mhm. Oh, warte mal. Oben. Mhm. Okay, der hat den Felsen weggesprengt. Nee, ich halte zuerst nach unten. Da geht der Nächste dran. Aha. Ja, mehr noch nicht. Aber ich kriege hier gerade Besuch vom Nächsten. Keine Sorge, ich komme jetzt zu dir. Wow. Oder auch nicht. Ihhh. Weg mit dir. Blümel. Was wollt ihr denn jetzt alle hier? Aua. Wo kommst du denn jetzt her? Och Mann. Nein. Oh, ich hab ein Problem. Dankeschön. Bitte. Oh, jetzt sterbe ich schon wieder. Das gibt's ja nicht. Kann sein, dass das Kraut abgebrochen wurde? Ja. Das war ich. Ich bin blind. Oh, du kommst jetzt her. So. Wir können schießen. Oh, nett. Eine Mine. Der hat eine Mine gekackt. Aha. Ach Mann. Die sind gerade ein bisschen gemein. Aha. Oh, ein Kraut. Genau. Das wollte ich nicht. Ich wollte es doch nicht aufheben. Ich wollte es doch nicht aufheben. Ich wollte es doch nicht aufheben. Ach nööööö. Ach nöööö. Ich geb dir dafür Pistolen-Munition. Äh, komm, wir machen. Yay. Ich mag Granaten. Was? Was ist eigentlich hier unten drin? Ach, der hat das Ding wieder besetzt. Ja. Das ist nur einmal im Kreis laufen, das da unten. Ja, ich muss mal eben gucken, dass ich den erwische. Ja, und... Oder so. Oder so. Der hat nicht viel ausgehalten, der Typ. Weil die halten nicht viel aus. Das Problem ist doch, dass die teilweise ein bisschen fies stehen. Ach hallo, ihr Lieben. Ich höre wieder Leute. Na? Ja, fein. Ja, fein macht ihr das. Oh, hier ist wieder ein Ding besetzt. Ich bin oben. Okay. Oh, noch ein Henker. Lock den nach da hinten auf die Brücke. Lock den auf die Brücke hinten. Ich bin hier gerade leicht beschäftigt mit Gegnern. Das Problem. Der Henker kommt direkt auf mich zu. Sagte ich doch. Wird es an ihm vorbeilaufen sollen. Ich. Ich habe ein leichtes Problem gerade. Wo ist der Kerl? Ich habe gerade getreten und ihm eine Granatefeuer noch vor die Füße gebrochen. Lock ihn auf die Brücke. Ich kann ihn mit der Rakete dann erwischen. Welche Brücke denn? Die da rechts, wo wir hin müssen. Ich habe keine Brücke gesehen. Außerdem schießt hier einer mit Raketen. Wieso habe ich jetzt hier irgendwie so viele Leute neben mir. Ich komme runter. Wow. Das bringt nichts. Mhm. Genau da, wo du gerade hinreinst. Da wollte ich den haben. Mhm. Ich habe das Problem, dass ich jetzt selber da bin. Oh, oh. Ist das eine Sackgasse hier? Hä? Ein Kraut. Aua. Aua. Ja, genau für die Füße des Henkers. Dankeschön, Spiel. Ach, gehst du jetzt an den Raketenwerfer? Nee. Wieso ist hier ein Raketenwerfer? Wow. Ja, da oben. Immer noch. Nein, 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 nein. Nein, ich hab gepressen. G marrying. Glock gerade zu dir. Alter, ist das eine Sache hier? Wie lang ist der Pass? Äh, 23 Minuten. Gut, dann ist das eine gute Stelle, um ihn zu beenden. Alter, hier kriegt man echt keine Ruhe. Nee, hier kriegst du keine Ruhe. What the fuck is going on hier? Gegner. Also es ist auf jeden Fall härter als das mit Jill und Chris. Aber alles klar, wir müssen auch unterkommen. Okay, dann bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit voller Action und bis dahin euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Bis dann.